Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu kommen, klickt ihr in WhatsApp auf die drei Punkte, dann auf Einstellungen, auf Account und schließlich auf Datenschutz. Hier könnt ihr einstellen, wer sehen soll, wann ihr zuletzt online wart. Fremde müssen das nicht wissen. Auch euer Profil muss nicht jeder sehen. Die gleiche Einstellung gibt es auch für die Info. Das ist dieser kleine Text, bei den meisten steht da nur sowas wie ich benutze WhatsApp. Und beim Status, der ja wie die Story in Instagram funktioniert, könnt ihr das sogar noch genauer festlegen und zum Beispiel bestimmten Personen nicht erlauben, eure Bilder und Videos im Status zu sehen oder es nur ausgewählten Personen anzeigen lassen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020